Herzlich Willkommen liebe Leute zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Maker 2 so wenn ihr es wieder angestellt habt Sun ist auch wieder dabei Kennt ihr das Hon? Und ja, wir spielen weiter im Abenteuer-Modus und sollen es ein bisschen motivierter machen. Wir probieren es. Ja, wir probieren. Es gibt viel zu tun, ja in der Tat. So, Ristec, wir müssen hier noch weiter das Schloss wieder machen. Wieder reparieren. Mit der Riesen-Kugel Willi-Kanon... Kana... Kanonade. Aha! Okay, schauen wir uns einfach mal an. Ja, das wird halt immer schwierig, aber es fängt gleich an. Und hier hinten, dieses Käppi, das ist hier unser Winfieldator. Das ist unser neuer Freund. Das ist ja der antächste Freund, den wir haben. Und das ist richtig Sinn für die Welt in 2D-Style. Das ist toll. Ja, das ist wirklich toll. Bam! Oh Gott, der geht's ja runter. Da muss man... Das ist was skillhaft hier. Skillhaft sind wir vielleicht... Also, es will nicht als Katzen-Bubi ist es englischestens, wenn wir das dann zu meistern. Das ist der Katzen-Bubi. Das ist der Katzen-Bubi. Das ist der Katzen-Bubi. Das hat immer alles gefühlt, wie er es bringt. Ähhh... Ich glaube es sollte... Oh Gott. Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Jetzt könnte es ein bisschen schwerer sein. Oh! Okay. Gut, wenn sie noch höher springen können, aber an das... Hey, das Dabbel war nicht schwer. Darauf erst mal ein Slug, SPC. Ja! Ja! Yay! Und der Westflügel ist fertig. Sieht ja danach aus. Wunderschön. Echte. Puh, haben wir jetzt das von hier... 8%. Yay! Ah, wir haben noch mehr Aufträge. Wildes Gewippe. Das hört sich da sehr wild an. Lul. Lul. Ah, das ist so kühl hier, ne? Mhm. Lul. Ah, das ist lol. Komm her. So. Die gehen jetzt kaputt. Lass uns Geld. Uff. Ah, Moment. Wenn ich hier so gehe, und dann hier so gehe, und dann so... Bam! Du musst doch einnehmen mehr. Die Alumatikon. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Nee. Okay, gibt's ein paar Pflanzen. Aber die sind ja noch eins ganz nett aus. Okay, die beißen vielleicht aber... Besser. Okay, der kam jetzt hier und vorher. Wir sehen. Ah. Aber wirklich, wer ist dieses Level irgendwie noch nicht? Nee. Also, der ist vom Mario-Spielchen jetzt. Und... Oder ist der mich grad übelst gut an? Und den hätte ich mal über die andere Richtung loswerfen sollen. Aber... Ja. Ach, scheiße. Was mach ich denn hier? Okay. Oh, no! War geplant! Ich wollte nicht flossen. Zum Glück hast du den Checkpoint. Ja. Sportlehrer. Uh. Wer ist das denn? Der Typ mit dem Ja-Wasser, die sich Level erstellt. Das ist ein Insider, den kennt ihr nicht. Seid froh drüber. Nee. Moment. Hä, wie zum... Ja. Ja. Lol. Ach so! Ah. Mach ne Logik. Aber das... Hier ist eh das Ziel. Ja. Bäm. Alter, die glaube ich ein echtes Wer. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Haben wir auch gestern. Bis jetzt. Und hätten gestern beinahe ein Game Overguard. Ja. Ist schon normal, ne? Ich hoffe, das passt. Alles bei der Wärts mit dem Sound. Ich weiß das nicht. Aber wir werden das, denke ich, mal herausfinden. Oben ist unten. Ah ja. Bist du? Okay. Dann wirst du mal. Ich trinke Spezi. 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 Oh. Okay. Oh. Wie geht der mit gerade? Auf den... Sack. Komm. Komm jetzt. Komm jetzt. Stimmt. Das kann ich nicht machen. So. So. Oh. Du musst jetzt weitergehen. da ist das oben ist unten lustig krass dass man sowas in level verbauen kann dann kann man heftigst viele neue krasse elementen dürfen der will einbauen das ist cool i like it es müsste da so runter so oder ja nee nicht so nee nicht ganz so aber fast ist aber echt nicht leicht so in diesem ich war jetzt ja noch ton gesorgen was warst du noch gesorgen ton du hast nichts zu sehen du bist gerade irgendwie vergangen nein gar nicht das hat noch ganz lange ganz nacht bis da vorne ich bin begeistert sein du hast du es wie grand geht du hast du two vị du 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 Entschuldigung ich bin grad das ist echt sehr schwer oder ich bin einfach nur ein Noob das kann auch sein Ja ich bin ein Noob Was hast du gemacht Schnell dein Video an dann weißt du es Ich bin einmal 7 Minuten weg und direkt give over oder wie Ja Du begeistert Dankeschön Moment ich mach mal was anderes Es war sehr schwer um das zu schaffen Ich habe es geschafft Endlich Ich bin ein Noob Ganz einfach nur ein Noob Jetzt ist es wieder normal Ich bin ein Noob Für mich ist der Ich bin ein Noob Ich bin ein Noob Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Gut gemacht Du sagst Jetzt darf ich jetzt hier auf einmal Ja, du sagst Ach, da Das meine ich genauso und wenn ich auch einmal gestorben Ja okay, ihr seht, ich spiel das hier zum ersten Mal, dieses Level. Du wirst sehen, wenn es dann wechselt, dann ist es nicht leicht. Okay, ich lebe... Moment. Moment, jetzt zeig ich dir, dass es funktioniert hier. Jawohl. So. Und das für eine... Ja, ich... Ich kann es aber auch den... ...denn... ...sich ein... Ja, jetzt bin ich groß. Ist auch gut so. Wie groß? 1,80. Haha. Und nicht so 1,60 wie im echten Leben. Ha. So. Ist eigentlich gar nicht mal so groß. Bis jetzt. Wie weit bist du gekommen? So, bist du so weit gekommen? Ja. Bin ich. Ach, da kommt dieser Hohensohn. Die Dinger sind erst... ...wie die Pest. Nur noch's immer. Da bin ich gestorben. Ab dort kann... ...kenn es nicht mehr. Du hübschuladen. Kann ich mir. Du hübschuladen. Too much skill. Müssen wir da rein? Ah. YWAH. Joa! Jaaa! Siehste Sacker, der Pro, der kann's, ne? Pro-Gamer. Is am Start. Und mit den Sauensaußen, dass sie im Netz hat, dass sie hinbekommen. Hm! Yeah, yeah! Jetzt haben wir mal wieder ein paar Münzen eingesammelt. Vielleicht können wir wieder was bei To Dead County. Schauen wir doch mal. Sieh mal an! Der Westflügel steht wie das, zumindest das Erdgesauce. Es hittert vor dem Genuss der Bauleiterin, ihr unwürdigen. Ach ja, wenn du das ganze Schloss betrachten möchtest, drücke R. Dann weiter keine Müdigkeit vorteursen. Mach mal Hauptgebäude, oder? Geld haben wir genug. Man kann beides kaufen, glaube ich. Super. Machen wir als erstes Hauptgebäude. Aber das ist der Teil, der wichtig ist. Und der auch am meisten Arbeit brauchen wir. Ich glaube aber der blaue Tod, der arbeitet auch gerade nicht. Erfüllt einfach weiter eine Aufträge und zaffnet das Geld ran. Okay. Schau doch mal, ob du den blauen Tod auch... Du meinst, dass das da... Stimmt. Loll. Ja, da bauen wir einfach alles von dir. Gute Idee. Geht das alles schneller. Dann bauen die fleißig hier die... ähm... Typen. Die Toads. Ah, diese Ventilator brauchen wir auch sonst direkt mal hier. Obwohl ich hier gar nicht so warm ist, aber auch nicht so kalt, ne? Ja. So ist eine angenehme Brise. Ja, wie es weiter geht. Sehen wir am nächsten Part, liebe Leute. Hauts rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschöno. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020